Juhu, dann mal weiter im Text. Was mich ein wenig irritiert hat letzte Folge, was wir wahrscheinlich auch gemerkt haben, ist, dass die Roboter nicht alle was zu tun haben. Also, dass acht Roboter jetzt gerade eben nichts gemacht haben. Zählt, dass nichts zu tun haben mit dazu, wenn sie aufladen? Nö, die sind richtig hier reingeflogen. Faules Bug. Geht immer gar nicht. Okay, wir brauchen mehr Requester-Chests und Provider-Chests und noch mehr automatisieren. Das ist sehr, sehr komisch. Äh, Stahl. Na ja. Habt ihr noch genug? Ja, ja, ich habe noch genug. Oh, stimmt. Ich wollte noch mehr von diesen komischen Dingensbommens bauen. Von denen da. Für die gesamte Eisenanlage. Aber das... Bah, stopp. Gib mir vorerst mal... Wo landen die ganzen grünen Chips? So laut, nirgendwo. Äh, ja. Ich wollte eigentlich gerade grünen Chips holen. Damit ich nicht so viele selber herstellen muss. Aber es sind keine grünen Chips im System über. Mir selber kann ich noch keine liefern. Also löse ich das Problem wie? Mehr Fabriken für grünen Chips. War ja eh schon geplant. Also noch eine Fabrik für Draht. Noch eine Fabrik für grünen Chips. Eigentlich einigermaßen in der Nähe. Aber ich werde das alles später hier noch umbauen. Also ich werde nicht umbauen, wo die Fabriken stehen. Außer das Muster rechts gewinnt. Gegenüber das Muster links. Aber ich werde umstellen, was wo gebaut wird. Um das später ein bisschen zu streamlinen. Aber das ist momentan halt absolut noch gar nicht wichtig. Also dann hätten wir gern... Es kommt kein Kupfer mehr unten an. Da kümmern wir uns gleich drum. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir später wieder Kupfer hier unten haben. Ich gehe gerne stinken in den Bowls. Einmal da und da. Da unten Kiste, unten Kiste. Uben Kiste, oben Kiste. Wobei du brauchst keine Kiste. Wie hatten wir das beim Draht gelöst? In der Zwischenkiste. Da sind aber auch drei Felder frei. Hier sind nur zwei Felder frei. Ähm... Okay. Ich bin flexibel. Du stellst bitte her Draht. Das heißt, du nimmst die von da, wenn du was gebraucht wirst. Und tust es dann da rein. Momentan halt gar nichts, weil... Klappt halt nicht. Kein Kupfer. Und du stellst grüne Chips her. Hättest dafür ganz gerne Eisenplatten, die du dir eigentlich ebenfalls nehmen könntest. Aber da du eine zweite Komponente brauchst, mach ich lieber über die Kiste. Also du hättest gerne Eisenplatten. 50 Stück. Und du hättest gerne Kupferdraht. Ja, lass ruhig 200. So, was mit Pollution-Modulen reinhauen. Gut. So, jetzt kümmern wir uns darum, dass wir... Klau. Dass wir genug Kupfer haben und genug Eisen. Denn daran mangelt es momentan. So, so, so. Also wir haben jetzt die Maschinen, um genug Chips zu produzieren. Auch wenn ich nicht weiß, ob die zwei Fabriken reichen werden. Wahrscheinlich brauchen wir noch eine dritte. Langfristig sogar eh mehr. Außer wir kriegen die MK-3-Maschinen bald gebaut. Genau. Also erstmal sind wir gekommen, dass die Maschinen jetzt durchgehend laufen können. Danach gucken wir weiter. Also wir hatten nur drei... Genau, wir hatten nur drei Drills da stehen. Das erhöhen wir mal. Habe ich noch Drills? Nö. Dann bau bitte diese richtig teuren Drills da hin. Warum? Was? Achso, die brauchen jetzt auch Draht. Die brauchen auch grüne Chips. Und grüße. Aber ihr braucht doch nur drei. Warum ist da noch 15 drin? Das muss noch von einem alten Auftrag sein. Achso, der Frame... Der Frame braucht zwölf grüne Chips. Das ist ein Stahlrahmen, verdammt. Wo ist das Ding? Jetzt braucht es sechs Eisenplatten. 15 Kupfer. Ah ne, da. Ja. Das ist ein sehr toller Rahmen. Ein sehr, sehr toller Rahmen. 25 Eisenplatten. 30 Iron Sticks. Und 15 Chips drin. Damit man jederzeit weiß, wo die Frameränder sind, um das Ganze elektronisch zu ermitteln, oder was? Na gut. Und da hin und da hin. Da und da kommt die hin. Geht das mit der Seite beladen? Ja, ne? Genau, es wird einfach von da oben rauf gebappt. Das heißt, es ist vollkommen egal, auf welcher Fließbandseite hier das Kupfer ist. Es landet ihr hier auf der rechten Seite. Ihr braucht noch Treibstoff. Ist okay. So, was mit euch? Tauschen wir mal. So, hat es schon. Okay. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es immer noch nicht reicht. Also baue mal noch so ein schweineteures Ding. Baue danach noch einen Mining Drill und dann haut das hoffentlich hin. Äh, ich mach mal ganz kurz bei der Forschung was. Und zwar hätte ich ganz gerne die... Ne, nicht die. Ich hätte gerne die Big-Sized Logistik-Dinger. Wo sind die denn nun schon wieder? Wo sind die Roboter? Da sind die Roboter. Oh Gott. Was sind alles noch die Kleinen? Kann es sein, dass er die Großen rausgenommen hat? Oder kamen die erst hier ganz am Ende? Also große Eisenkiste. Sehr große Eisenkiste. Ja, 205. Ne, komm. Okay, das klappt nicht. Das macht jetzt aber mein Blütenkonzept doof. Weil das Blütenkonzept war so, wir hatten eine große Kiste. Und von der Kiste wurden dann die ganzen verschiedenen Science-Labore befüllt. Mit einer Kiste wird sich das nicht aufgehen. Bin ich mir relativ sicher. Aber das ist gut. Ich denke, wenn es gleich so weit ist, bitte baue mir noch einen davon. Achso, und noch einen, so einen Schmelzofen. Der natürlich auch tierisch teuer ist. So, du. Einfach mal da hin. Kriegst schon mal ein Ärmchen, obwohl du noch keinen Schmelzer hast. Kriegst erst mal provisorisch die hier rein. Ich gucke mal, ob ich gleich den anderen Ofen einfach rüber stülpen kann. Das Brennmaterial und der Inhalt, also die Kofferplatten und das Erz, bleiben dann erhalten. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. So, und ihr bekommt mal Lampen. So. Die mag gar nicht. Und ja, wurde alles 1 zu 1 übernommen. Sehr gut. Also, Kupfer kommt jetzt doppelt so viel wie vorher. Schauen wir mal, ob unten was ankommt. Eine einzelne Kupferplatte kam da gerade an. Das ist mau. Dafür fliegen jetzt alle Roboter. Oh, und ich muss meinen Soll erfüllen. Da war ja was. Bitte baue. Wir brauchen Batterien. Okay. Gib mir. Was brauchst du? Du brauchst Draht. Hier hast du Draht. Gib auch mal Kupfer. Gib mir Draht. Gib ihm Draht. Du hast noch gar keine Kisten. Oh, okay. Request a chest mal bitte. Eisenplatten und Kupferdraht. Das hat doch noch irgendjemand, oder? Ja, Shift rechts. Shift links. Kupferdraht sind Eisenplatten. Ja, sehr gut. Das heißt, wir müssten dich jetzt mal beschränken, sonst haben wir irgendwann viel zu viele davon. Und das wäre ja nicht gut. So, daraus könnten wir auch schon eine Bitschönkiste machen. Allerdings fliegen die Roboter noch nicht nach unten rechts. Und jetzt, wo wir die zwei Fabriken dazu gebaut haben, denke ich auch, dass die Roboter gut ausgelastet sind. Ja, ist fast durchgehend neu. Oh, warum habe ich hier einen Roboter? Zack. Den muss ich irgendwie unterwegs mal eingesackt haben, aus Versehen. Das heißt, ich mache jetzt meine Runde. Liefer kurz die Fuelblocks da ab. Dann laufe ich runter, hol neue Fuelblocks. Hol Batterien ab. Tue gepestet was rein. Achso, du warst die falsche Mist. Du warst noch eine von den alten. Die hier sind die wichtigen. Genau. Genau, so. Oh, und die Farmen. Warum werden die Bäume nicht abgeholzt? Oh, jetzt Bäume abgeholzt? Ja, okay. Schmeiß da schon mal welche rein. Dann füllen wir das, fällt ja gleich auch noch auf. Und ich denke, mit so viel Rubber, was da gerade rausgekommen ist, werden wir auf jeden Fall die zweite Farm schon mal füllen können. Und dich könnte ich von Hand abholzen. Aber momentan sieht das gut aus mit dem Smog. Also es sieht ein Feld besser aus, gefühlt gerade. Was ist das für eine komische Anordnung von Punkten? Sind das Würmer? Also es sind drei Spawner. Das wird schon mal sehr schwer zu knacken. Ja, meine Favoriten sind immer noch der da und der da. Für ein paar erinnerte Fakte. Du kriegst da 40 Bäume. Wie viele waren es insgesamt? 49, ne? Naja, das wird sowas von gut hinauen. Mehr, 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 mehr. Achso, Shift links, genau. Ja, wir wünschen ja sogar alle drei Felder. Schick, 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 schick. So ein Pollution-Messgerät wäre noch ganz toll. Also ja, wir haben hier unseren farblichen Indikator. Aber dass wir jetzt sagen können, ich setze hier ein Messgerät hin, bevor die Bäume da sind, nehme die Werte und dann setze ich die Bäume hin und dann nehme ich nochmal die Werte, um zu gucken, ob es wirklich was bringt. Und wie viel es bringt. Das wäre sehr schön. Gib mir das, gib mir das. So, Feld ist jetzt gleich voll. Und wir haben wie viel? Über 20 Stück. Jo, die kommen jetzt mal alle hier rein. Damit könnte das Feld auch schon voll sein. Und die dritte Farme auch. Jo, also ich freue mich drauf, wenn später die Rubber-Geschichten kommen. Wir dürften vorbereitet sein. Wobei die Schmelzern jagen ja das Plastik brauchen. Also die Chip-Gießer rein. Die brauchten damals das Plastik und nicht das Rubber. Ich hoffe, das kann man inzwischen irgendwie konvertieren. Sonst wäre das hier doch ein bisschen doof. So, du bist voll. Du, mich, ganz. Mach mal, mach mal voll. Genau. Und der ganze Rest kommt hier rein. Zack. 3, 2, 1, rein. Und du bist auch fast voll. Gut, gut, gut. Türme sind immer noch die ganz normalen Gun-Turrets. Was ein wenig beängstigend ist. Ich könnte auch kurz irgendwas forschen, was nur grüne und rote Tränke braucht. Ja, das sollte ich eigentlich als nächstes forschen. Oder Panzer. Nee, Panzer brauchen das Dreier-Ding vorher. Automobil. Gepanzertes Automobil. Hatten wir getestet. War nicht so wirklich toll. Aber ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt wir das getestet haben, das gepanzerte Auto. Also, ob es da schon Medium und große Baiter gab. Weil gegen kleine Baiter reicht es vielleicht, mit dem Auto dadurch zu heizen. Item Stack Size Bonus. Das könnte gerade helfen, ja. Research. Damit kann im Zweifel schneller das Draht aus der Fabrik rausgeholt werden. Oder Kupfer reingelegt werden und so weiter. Also, ja, das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit. So. Die sind wieder am Arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt mehr Verbrauch, was die Platten angeht. Ist hier ein grün Chip. Wir brauchen die Roboter echt. Was fehlt bei den Roboter und Plastik? Genau. Äh, Batterien. Ich wollte eben gerade runterlaufen, Fuel Blocks holen und Batterien und Kapasite abladen. Das war ja eigentlich der Plan gewesen. Du. Da raus. Da rein. Hier hast du ein Chip. Bringt irgendwie nichts, ja. Zack, zack, zack. Plastik bräunig. Du. Du bekommst zwölf davon. Die sind nicht so viel, aber ja. Und ich hätte gerne zehn davon. Das sind dann zehn neue Roboter. Und damit ist die Quote auch wieder erfüllt. Wobei die ersten 15 Minuten gleich schon rum sind. ist in Arbeit, ist in Arbeit, ist in Arbeit, ist in Arbeit. Ja, die Blüte. Könnte ich mal mit rumbasteln. Also wenn die Forschung gleich durch ist, schnappe ich mir ein paar von denen, setze die hier oben mal hin und gucke, ob wir das mit einer Kiste irgendwie hinbekommen. Also mit einer Kiste könnten wir halt vier Seiten befüllen, so. Und da jeweils ein Lab hinbauen. Sieht dann total komisch aus, weil unsymmetrisch und das Ding hat eh keine Mitte hier. Und ja. Würde aber funktionieren. Würde aber auch bedeuten, dass die Roboter wieder mehr fliegen müssen. Ich könnte das einfach genauso machen wie bei den Dingern. Das passt so richtig ins Muster rein, ja. Also wir machen einfach, genau wie mit den Fabriken, eine Reihe hier. Irgendwo. Also da vielleicht. Und dann Eingangskiste, 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 Eingangskiste. Ist ja nicht so... Keine Ahnung. Schick wie diese Blume, die wir hatten in der letzten Staffel. Aber es ist platzsparender. Und das ist schon mal gut. Joa, das klingt echt super. Das heißt, ich hätte ganz gerne... Requester Chests, vier Stück. Danach viel Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Und ich habe kein Eisen mehr. Ich habe kein Eisen mehr. Das ist mega sehr.